Liebe Susan, sag uns doch mal ganz kurz, warum bist du dabei beim Speaker-Stars-Spenden-Marathon? Ja, ich finde die ganze Idee Speaker-Stars-Spenden-Marathon so großartig. Ich habe das erste Mal gehört von dir und habe direkt gedacht, wie cool ist das denn? Weil einfach Menschen, die andere Menschen nach vorne bringen wollen, die positive Gedanken mit anderen teilen wollen, die Menschen mitnehmen möchten und sie andersrum echt noch nach vorne bringen wollen, gemischt mit Charity ist so eine tolle Idee, dass ich mich freue, dabei zu sein und hoffe, dass es richtig gut funktioniert.